Hallo meine Freunde, willkommen zu einem schönen Boss. Willkommen zu meinem Video, meine Freunde. Ein Nemo setzt sich für islamische Frauen, die einfach geschlagen wird im Supermarkt, meine Freunde. Was ist heutzutage los? Man muss ja nicht an den Glauben glauben, den anderen glauben. Man kann sie doch in Ruhe lassen, verdammt doch, Mann. Respekt an Nemo, dass er sich für die Frauen setzt, Mann. Nur weil sie ein Kopftuch trägt, müsste das noch nicht so komisch sein, ne? Mein Gott, kann ich mich für andere Kulturen heute treiben, Mann. Boss versteht sowas nicht, Mann. Hab mal Respekt vor anderen Kulturen, Mann. Und hör auf mit sowas, Mann. Nur Rassismus, nur Ausgrenzung, Mann. Nemo, bester Mann, ey. Okay, komm, ich stehe jetzt zum nächsten Thema. Ist auch kein schönes Thema. Irgend so ein 39-jähriger Mann hat in der Bahn so ein 70-jähriger Syrer einfach getreten und beleidigt, Mann. Was stimmt bei dir nicht, Mann, ne? Bist du nicht offen für andere Kulturen, oder was? Was schlägst du einfach einen 17-jährigen Jungen, Mann? Wurdest du nicht richtig erzogen, oder was? Ich wollte total krass, die Leute komplett ausmachen. Oder hattest du irgendwie 5 Millionen Jahre Quarantäne, oder was? Mein Gott, ey, Leute, überzutage. Und Boss versteht das nicht. Okay, meine Freunde, das war's für ein Video von nur dazu. Boss. Aber die Unterlagen, die vergessen, meine Freunde, und tschau mal. Okay, wir können. Wir machen die erste Variante.